so da sind wir auch wieder bei der neuen folge bion blut zweiter aufnahme session was auch mal ein bisschen um zuletzt waren wir im offenen meer und wir sind sogar noch im offenen meer da haben wir einen mohnfisch sehr schönes tier und mal sehen was liegt das nächstes an sie nach ob irina fortschritte zur kartografie drohne gemacht hat hörte die andreas klicklaute antwort im model bildschirm an ja okay das ach das ist unser aquarinarium wie ich es nenne so sehr schön ja dann das poster finde ich verdammt cool so da wollen wir es auch direkt mal hinsetzen gar nicht lange schwafeln so so audrey schreiben das ist ja gar nicht so cool wo wir mal irina an hey mirai i assume you've heard that andrea lost the drone yeah bad break did we get any usable data from the drone before it went missing you'll have to ask andrea he hasn't given me an update i think he's upset that i suggested we'd still have the drone if we used it for its original purpose it's crazy that we only have one mapping drone drone if this were a space mission we would probably have a hundred you sound a little frustrated is that with andrea or the drone situation both andrea yeah okay he's passion can sometimes be overwhelming i just wish he wasn't so cold with me just because i turned my prior research into a successful biotech business not every company is evil Ich weiß, die Miner haben ihn gebetetet. Es ist nichts persönlicher. Hoffentlich ist das wahr. War das ein Jaun? Hatte du auch ein Schlaf? Nicht wirklich. Zwischen dem Drone und zu bleiben mit meiner Frau, ich habe die ganze Nacht aus meiner Kabin-Windowsche zu schauen. Meine Mutter lief mir frei zu gehen in der Moonlight. Es war magisch. Der ganze Ozean schlägt. Sie klingt wie eine lustige Großmutter. Sie war. Sie war. Sie ist. Sie ist lebendig, aber sie befreit von Dementia. Sorry zu hören. Danke. Nana hat mit uns geblieben, nachdem unsere Mutter stirbt. Ich war zwölf und Ren war vier. Bist du in deinem Freund close? Ich würde schon sagen, dass wir ein ganz enges Verhältnis haben. Ja, das hat man so die letzten Gespräche mitbekommen. Ja. Es ist komplex. Wo ist deine Mutter? Sie ist in der Universität in der UK. Was ist sie studieren? Pre-med. Aber sie hat auch eine Faschung für Musik. Sie hat sie mit der gleichen Band in die Indie für Jahre. Was ist ihre Musik? Es ist schwer zu beschreiben. Ich bin sicher, Sophie würde gerne für Sie zu checken. Ich werde dir die Lady Single senden. Oh. Sie ist auch deine Frau an der Universität? Meine Frau hat eine Pause für einige Jahre. Aber sie ist jetzt zurück. Es ist eine Geschichte, da. Das ist nicht mein Geschäft. Es ist manchmal schwer für mich nicht zu nehmen, wenn ich sie swerfen. Sie wollen Sie? Das sind ja ein paar richtig schwierige Fragen, die wir haben. Aber ja, das erste klingt doch ganz gut. Ich empfehle sie, um besser zu machen. Aber ehrlich gesagt, ich denke, das empfiehlt sie weg. Sie klingt wie ich, die über meine Frau zu sprechen. Ja. Ja. Komplex. Die Leute sind messer. Und deswegen studiere ich Whale. Habt ihr gesagt, hätte ich besser für unsere nächste Zeit geprüft werden. Ja. Natürlich. Menschen? Nein. Lieber Wale. Oder Steine. Oder Lederrückenschildkröten. So. Rufen wir nochmal Ren an. Kleine Schwesterchen. Hallo, Mariah. Es muss schon lange sein. Das ist okay. Ich bin auf Dive-Zeit. Ich zeigte Nana die Highlights von deinem Livestream. Nein, nein, nein. Wir fragen nach den Walen. Ja? Sie liebte die Whale? Es ist schwer zu wissen. Sie liebte die Dolphinen. Sie liebte die Hände. Sie liebte die Hände. Sie liebte die Hände. Sie liebte die Hände. Sie liebte das besser. Sie liebte es, wenn Sie nicht nach dem Semester reden. Wenn wir zurückkommen. Es ist komplex. Du weißt, ich kann mich vorwärts schauen. Das ist verrückt. Geh zu deinen Whalen. Ich werde versuchen. Bis später. Schwieriges Thema. Sehr schwieriges Thema. Aber das soll uns für den Moment nicht weiter stören. Wir gehen jetzt tauchen. Wir haben irgendwas freigeschaltet. Lied. Sehr schön. So. René, die sexy suit. Schildkröten. Schildkröten, okay. Interessant. Wusstet die eigentlich, dass Schildkröten Quallen fressen, um dadurch heid zu werden? Das heißt, diese Schildkröte aus Findet Nemo damals. Die ist ja vorher durch diesen Quallensturm geschwommen. Und wir streamen. Hallo, alle. Willkommen. Oder Willkommen zurück. Ich stehe neben einer Seamountregion. Auch die Zwischenzonen. Weil es nur über den Sonnensturm ist. Und wir werden ein paar Fragen live nehmen. Also, es ist gut. Wir werden auch ein Spielsystem testen, um mit Whalen zu interagieren. Jetzt muss ich wieder rein kommen. Das war der Scan, ja. Oh, das ist natürlich cool. Die Einschung kann ich bis heute noch nicht. Rippenqualle. Okay. Oh, hier. Die, die kenne ich von D-Max. Die kenne ich schon von D-Max. Der hat so ein übelst süßes Gesicht. Oh Gott. Seid ihr das? Das ist ein Kaiser-Barsch. Oh. Der sieht so unendlich traurig aus. Das tut mir ja weh. Oh, ist das schön. Aber dann haben wir noch mal so eine... Ich nenne es einfach mal hier Beringsee-Quelle. Moin, Kollege Ich finde das Meer so schön, so entspannt, so ruhig Hey, Kumpel Freundchen Was bist du denn? Ein Petersfisch Der war aber auf dem Weg aufs nächste Punkkonzert Alter, jetzt weiß man aber auch, warum man sagt, dass die Tiefsee und der Weltall sich eigentlich ganz ähnlich sind, übrigens von den Kreaturen, die hier hausen Mal sehen, ob wir noch so coole Sachen finden, was bist du? Du bist wieder in der Punker, richtig? Ja Du da hinten bist Ach so, du bist wieder die Seegurkinder Davon soll ich 43 scannen? Ist die eigentlich unten? Ja, haben wir noch so ne 37 von den Quallen Äh, Quatsch, Quallen, ne? 37 von diesen verdammten Krebsen Leck mich doch nach Finne Oh, da haben wir wieder Sharky Hey, Hämmerchen Aber eigentlich geht's dir ja primär Um Wale Um Wale Ich meine Um die Wahlheimat Und Die Wahlen an sich Welche Wahlen man getroffen hat Aber so wie das hier gerade aussieht, haben wir hier unten gerade gar keine Wahl Oh, da sind wieder ein paar Sachen Achso, das ist ne Gurke Und dieser komische Was bist du? Ah Rückenqualle, Alter Äh, ich häng fest Ich werd hier unten Jammer nicht eingehen Wollen wir hier drücken? Ja Hier haben wir nämlich die Karte von dem Atoll Es sieht auf der Karte vielleicht nicht Ähm Es sieht so vielleicht nach nicht viel aus Aber Es ist schon riesig und Wirklich wunderschön Die Karte von dem Atoll Von hier Hier, guck mal hier Je tiefer du gehst Irgendwann verschlingt das einfach dein Licht Und Okay, hier kommen wir nicht mehr tiefer Ja, komm. Ich glaube, hier endet die Map. Aber auch wenn ich... Oh, ein Mondfisch. Hallo, Mola Mola. Ich glaube, bevor wir hier den kompletten Rotzler noch wegscannen, begeben wir uns mal langsam zu unserer Quest. Oh, ich kriege hier nicht genug vor, ich bin richtig am Fernköln in so einem Spiel. Hallo, Krabi. Oh. Oh, hallo. Ja, sowas sieht man aber nicht gerne. So, 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 so. Nautische Umweltverschmutzung, aber okay. Was war das gerade für ein Viech da oben? Was seid ihr? Ach, Kalmare. Ich dachte schon, was für creepy Dudes auf mir rum. Wow. Okay, time to see if any humpbacks respond to our song. Jordan wants to know how you will know. Great question. If we have recorded him before, we'll see if the influence of our song affected his. Oh,ほ must we live as real confidence. But we know that. We're still here for sure to know how many physically? wow. Deswegen. Ich muss mich erst mal ein paar Infos über die Quallen hier sammeln. Ja genau, genießt es, genießt es. Ähm, so, hoch, hab ich alles gescannt? Ja, oder? So, dann haben wir schon mal das unbegattete Tier. Oh, das sieht ja nachts noch epischer aus. War das wieder ein Hämmerchen? Da unten werden wir Kram haben. Jungs! Nicht cool! So, als nächstes geht's da zu dem Sensorsignal. Die Weile heben wir uns für den Schluss auf. Außerdem wollen wir noch unterwegs alles mitnehmen. Auch dich da oben! Und dich, Karl-Marchen! Hehehe, Karl-Marchen! Ah, da sind die, okay! Drei Stück von denen Scannen, hier sind noch ein paar mehr. Ja? Scott von Denver will wissen, ob sie sich einander essen. Ja, einige tun. Ich glaube, dieser ist schuldig, dass er auf seine Bewege verletzt hat. Aha. Ach, keine Ahnung. Kopffüßler überhaupt. Sehr schöne Tiere, sehr friedlich. Ähm, sehr entspannt auch von ihren Bewegungen her. Also, es gibt wirklich Leute, die gucken sich einfach nur Kalmarequallen, Oktopoden an. Einfach um dazu zu ihren Bewegungen zu entspannen. Oh, da haben wir Buckei. Den Buckeigen! Einfach, gib mir die Felder! Äh, die Fluke! Gib, gib sie mir! Ich will eine Flukei! Hey, Andrej, wir haben eine Liste von dieser Liste gemacht, nicht wahr? Wir haben. Wie schnell kannst du seine zwei Liste vergleichen? Ich muss ihn warten, um seine Liste zu erinnern, um zumindest eine ganze Zeit. Und wie lange ist das? 20 Minuten, vielleicht mehr. Wow, das ist ein langer, langer Ballad. So. Ich weiß, was die Quest sagt, ich muss da hinten hin, aber... Oh, es wäre wirklich traurig, hier irgendwas zu übersehen. So. Falls ich nicht weiß, ob es einen Sandbox-Mode in dem Game gibt, wo man einfach frei tauchen kann. Ich wünsche es mir natürlich. Ganz klar, hier würde ich gerne ein freies Spiel machen. Einfach nur die ganze Zeit rumtauchen. Das ist so verdammt entspannend. Ich weiß nicht, ob es wissen kann. komst. Ich weiß nicht, ob es nicht. Das ist so verdammt entspann. Was der ersteй bottle ist? Ich weiß nicht. Was ist eine Leitung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nie darf ich mir nicht. Ich bekle. Amen. Ah, jetzt, jetzt funktioniert es wieder. Ich wollte wirklich meine Technik hier nicht. So, da, da geht es weiter. So, ich wollte mal eben selber schauen. Mm-hmm, mm-hmm. So, ich wollte mal eben selber schauen. 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 Vielen Dank. Ich habe es warten. Ich habe gerade aktiviert dein UV-Light. Erstens, nicht mit meinem Schrauben, wenn ich stehe. Zweitens, du hast meine Überraschung verletzt. Die Schrauben haben eine Bioflorescence entwickelt, um mit uns zu kommunizieren. Die Augen haben spezielle Anwendungen für die UV-Light. Jetzt kannst du, was ein Schrauben sieht. Das ist das, was ich spreche. Das ist das, was ich spreche. Das ist das, was ich verletzt, was ich in deinem Sub-Light installiert habe. Du hast es nicht gemacht. Du hast es in deinem Dorm-Light installiert in deinem Dorm-Light. Du hast es in deinem Dorm-Light installiert. Das war ein guter Moment. Du hast es in deinem Dorm-Light installiert. Du hast es in deinem Dormen. Du hast es in deinem Dorm-Light installiert. Du hast es in deinem Dorm guter und deinem Dormen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann die Buzze. Ich habe es! Raj von Mumbai möchte wissen, was die Buzze ist? Ich glaube, er macht eine Lade. Ich habe es. Aber was ist die Buzze? Wie ist die Buzze? Wir sind nicht ganz sicher, aber definitiv mit der Beobachtung zu sein. Das ist nur ein Warm-up. Die realen Firm wird in der Deep kommen. Das ist nur ein Aufdeckungsgericht. In der Deep kommen die Buzze. Ich habe Schüsse, die Buzze ist der Buzze ist der Buzze. Ich habe das Eierke. Die Buzze ist der Buzze, die Buzze sind nicht es. Die Buzze sind nicht das Buzze. Die Buzze ist der Buzze. Die Buzze sind nicht das Buzze. Ich habe die Buzze aufgerufen müssen, die Buzze sind nicht das Buzze. André, André. André. Well, there's no way these little ones are thousands of miles off course, right André? Give him a minute. Right, let's scan a few of these to get their gendered. There's a tiny tag here. André? Chen from Shanghai wants to know why you care about their gender. Well, their sex is determined by the temperature of their nests. Warming beaches wipe out the turtles in this region. Believe in a little magic now, André? I may just start, but let me check on my tag first. Oh, wow. Glad we didn't miss this. Beautiful. Yeah, they must have been hunting down past the rift. I think we've found our spot for our first deep dive. Mirai, check out that one closest to you. What's that on its skin? Not sure I can catch them. They're headed to the surface. Might just be a scrape from a ship strike. Yeah, let's hope that's all it is. Let's end it here. I know it seems like André worries about everything. But I really understand where that comes from. Everyone's seen the pictures, but I can tell you it was really tough to be doing hands-on work when we were losing entire species. For me, it was the whales. But for André, it was the turtles. I stayed to help him. Several of the other scientists did as well. By then, only André's protected nests were the ones producing turtles in the region. We all figured that the population was going to collapse, and eventually it did. But seeing this large man spend day after day carrying tiny turtles from the nest to the water, it inspired us to stay. I mean, coming back now, it feels like another world. André is not an angry man, Irina. He's just a man who gets-